Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Wir werden heute das 400-Abo-Special am Start bringen. Vielen lieben Dank für 400-Abo-Special. Ich bin mal gespannt, wo unsere Reise hingehen wird, wo wir uns so in der Nintendo-Community etablieren werden, in welchem Bereich. Mal schauen, mal schauen. Und zwar zocken wir heute Mario The Lost Levels. Heute zum 400-Abo-Special. Und ich würde sagen, Digga, let's go, oder? Ich habe also ein Level damals mal angezockt, aber sonst kann ich mich jetzt auch nicht mehr so an die, also an alle anderen Level erinnern, sag ich mal. Ich kann auf jeden Fall sagen lassen, dass Mario The Lost Level irgendwie richtig, richtig, hallo, alter, richtig schwer sein soll. Ah, geht doch endlich, alter. Kann ich hier rennen? Okay, mit X, okay, okay, X, ah, okay, let's go. Und das hier soll so ein giftiger Pilz sein oder so, der uns wieder ein Leben wegnimmt, aber das lasse ich mir nicht sagen, Leute. Ey, nochmal vielen lieben Dank für 400 Abos, wirklich. No joke, Alter. Ich wollte dieses Jahr unbedingt 400 Abos erreichen auf YouTube. Und ey, wir haben es einfach geschafft, Digga, wir haben es einfach geschafft. Oh mein Gott, Digga, oh, shi, shi, shi. Bitte, komm nicht zurück. Oh, Ehrenbruder, Schildkröte. Oh, nicht so, nicht so, nicht so, nicht so, nicht so schnell hier. Ja, no joke, Leute, auf jeden Fall. Ey, ich bin so happy, Alter, wir haben einfach 400 Abos geknackt. Let's go, oh mein Gott, das war's. Ich will jetzt auf jeden Fall hier nicht öfter sterben, ehrlich gesagt, weil... Ich glaube, so schwer ist Mario The Lost Levels auch jetzt nicht, ne? Das soll ja, keine Ahnung, wie war das noch mit der Geschichte? Das sollen irgendwie Level sein, die damals die Entwickler quasi für zu schwer hielten. Oder war das irgendwie so in der Richtung, oder wie war das genau? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare reinschreiben. Aber das erste Level war ja ganz, ganz easy. Bin ja nur einmal gestorben, Kappa. 500, ne, 5000 Points. Let's go, warte. Okay, let's go. Oh, okay, okay. Kann ich da rein? Ich will es ehrlich gesagt nicht ausprobieren. Oh, warte mal, kann ich abkürzen? Kann ich abkürzen? Ehren, Bruder. Nein! Ich glaube, ich mache mal ein paar Save-States. Ich bin halt so ein Typ, ich mache mir gerne Ziele. Auch so, was YouTube und Twitch angeht. Boah, Bruder, komplett lost! Ich mache mir gerne Ziele, was YouTube und Twitch angeht. Und ich bin echt zufrieden, dass ich quasi mit YouTube schon mein erstes Ziel erreicht habe. Das waren ja die 400 Abos. Ich weiß gar nicht, wir hatten 200 oder so Anfang des Jahres. 200? Ah, hier sind ja übelst viele. Oh, guck mal, der Speed-Rundin-de-Boss. Der Speed-Rundin-de-Boss. Bruder! Aber, ich muss aufpassen, der darf nicht zu schnell laufen. Oh, 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 oh! Wie kann das? Wie habe ich das noch überlebt? Wie habe ich das noch überlebt, Alter? Da war die Pflanze halt an der Stelle ein bisschen zu nett zu mir. Da sage ich euch so, wie es ist. Hier kann man doch safe abkürzen. Also, war das nicht im ersten Mario Bros-Teil? Oder war das bei so Lost Levels? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Oh, no joke. Einfach krass. 400 Abos auf YouTube. Let's go. Und zwar wollte ich quasi für Twitch 75 Zuschauern im Durchschnitt erreichen. Habe ich leider nicht schaffen können dieses Jahr. Dafür aber mein Schnitt ein bisschen angehoben, auf jeden Fall, was die durchschnittlichen Zuschauer angeht. Aber Leute, ich gebe mich natürlich nicht geschlagen, ne? Ich gebe mich natürlich nicht geschlagen. Und werde versuchen dann, dieses Ziel dann halt nächstes Jahr zu erreichen. Auch wenn ich jetzt hier die ganze Zeit am Failing bin, was jetzt nicht so nice ist. Aber ich glaube, ihr versteht, warum das The Lost Levels heißt, oder? Also, no joke. Diese scheiß Schildkröte, Digga. Ich bin aber auch ein bisschen too fast, too furious, ne? So wie Autofilm, ne? So, warte mal. Okay, wir sind weit gekommen. Oh, das war ein bisschen zu lame. Oh, oh, oh. Nenn mich den Zielerreichenden Boss. Wirklich scheiß auf diese Scheißblume, ey. So, okay. Sieht doch schon mal besser aus. Ui. Oh, guck mal da. Let's go. Oh, okay, okay. Oh, yeah. Nein. Nee. Nee. Okay, okay, okay. Kurz, kurz. Ein bisschen konzentraten. 400-Abo-Special darf jetzt nicht... Oh, nein, nein. Oh, mein Gott. Bowser. Was willst du machen, Bruder? Weg mit dir. Weg mit dir, Kollege.